Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Minecraft. Ich spiele einfach ein ganz normales Minecraft. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Wir spielen heute ganz normales Minecraft. Und ja, neben uns ist ein Dorf. Okay, lächst ihn grad schon da. Es lägt irgendwie bisschen. Ich hoffe, es lägt nicht auf dem Video. Okay, wir spielen einfach ganz normales Minecraft. Oh, wir sind im Dschungel und zwischendurch. Zwischen anderen. Das sieht voll gut aus. Ja, dann würde ich mal sagen, holen wir uns erstmal ein bisschen Holz. Zack. 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 Und noch ein Stück. Und noch ein Stück. Und das war's mit dem Baum. Dann nehmen wir den, der daneben ist. Das untere Stück. Das obere Stück. Noch zwei Stück und dann ist der Baum fertig. Also, wenn ihr Minecraft nicht kennt. Minecraft ist ein Spiel, wo man kreativ eigene Sachen bauen kann und so. Aber im Survival-Modus kann man da unten leben. Okay. Ein kleiner Grafikpack. Und wenn die Monster kommen, gehe ich einfach ins Haus von den anderen. Okay, gleiches abgebaut, gleiches abgebaut, dann sehen wir, was er ist oder auch nicht, weil er einfach nur verschwindet. Ein Stein war's nicht, der geht viel schneller abzubauen. Okay, dann haben wir, also in Minecraft, in Survival hat man hier, kann man sich halt Sachen fahren, damit kann man bessere Schwerter bauen. In der Nacht kommen Zombies oder Monster generell. Ja. Die muss man dann überleben. Und eigentlich das komplette Spiel, also die Hauptaufgabe ist, den Ender Dragon in einem Portal zu besiegen. Dafür braucht man halt die komplette Rüstung und so. Das ist das Spiel. Haben wir jetzt mal... Also jetzt muss das mal... Zack. Dann machen wir uns mal Sticks. Oder auch Stock auf dem Deutschen. Dann können wir auch mit den Dorfbewohnern hier handeln. Ich spüre 17 Kohle gegen 1 Maragd. Und 5 Maragde gegen eine Eisenschaufel, die verzaubert ist. Also das Spiel hat schon richtig coole Ideen und das ist richtig cool generell. Ist aber tief. Ist ja auch ein Brunnen. Wow. Ähm. Okay. Das kann unser Haus sein. Hier ist niemand. Nur die drei Leute, die gerade Party machen. Party hat. Vielleicht verschwinden alle. Aber das ist ein Magier. Hier ist es kein Magier. Das ist der... ...Priester von der Kirche, die hier irgendwo sein müsste. Ah. Aber es kann auch sein, dass nur ein kleines Dorf ist. Da gibt's keine Kirche. Doch, das ist verbreitet, oder? Hm. Boah, aber in so'n cool... Oh, das sieht cool aus. So mit dem... Ah, okay. Das ist bisschen zermatscht. Das können wir ja ein bisschen renovieren. Ich hoffe, wir gehen den Leuten hoch. Danke. Nicht auf den Sack. Das Päh ist voll dreckig. Das müssen wir dann alles renovieren. Okay. Mehr geht's sogar noch weiter. Ist hier noch ein Haus? Ne, hier ist Endstation. Hast du ein Hund? Hallo, Sir. Ich würde sagen, ich würde dann, äh... ... hier erstmal reingehen. Boah, ist das eklig. Boah. Okay, dann können wir schon mal den Boden wegmachen und gegen Holzboden ersetzen. Wäre noch genial, wenn wir in der Nähe von Schafen wären. Könnte ich mir ein Bett machen. Sind wir in der Nähe von Schafen? Nee, ist hier nur ein Schwein. Aber am leckersten finde ich immer noch Chicken. Deswegen... Hallo Chicken! Ich sehe schon in den Kommentaren, du Tiermörder! Chicken? Chicken... Ich hoffe, das Chicken hat vielleicht schon gesehen, dass es töten will. Deswegen ist es wegge... Oh mein Gott, ich bin da fast reingesprungen. Da ist es! Hallo! Ist auch gut, wenn man kein Schwert hat. Lull. Ging aber immer noch voll leucht. Also dann machen wir mal den weg. Also ich mag so ein Dorf in der Nähe von so einem Dschungel. Ach, ich krieg schon ein bisschen Hunger. Ach so, ähm... Links unten... Seht ihr, besser gesagt, in der Mitte, links, sind meine Herzen. Und da unten dieser grüne Strich da. Das sind meine Erfahrungen. Und daneben ist mein Fleisch. Also mein Essen. Ja. Dann können wir mal... Hier... 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 Hier was ran machen. Hier... Nein! Shit, ich hab keine Hake. Upsala. Guck, wir sind ja nicht so Leute, die nur Böses machen. Wir machen auch viel Gutes. Wir? Ich bin alleine. Genau. Ich hab keine Freunde. Hm... Okay, es macht eine Hungerkeule, dieses... Was? So ne halbe? Okay... Ist ja richtig schlecht. Okay, dann machen wir es erstmal in Schwert. Ich brauch dafür ne Werkbank. Cool. Nein! Machen wir mal! Zack! Zack! Baff! Hallo? Baff! Ich hab ne tolle Werkbank. Die stell ich jetzt hier hin. Ich muss mal ein bisschen hier entsorgen. Man sieht, dass hier jetzt einer wohnt. Ich mag ja eigentlich diesen Flayer. Hier ist noch ein bisschen was dran. Zack! Alles offen. Okay, bauen wir nochmal das Holz hier ab, weil ich aus Versehen platziert habe. Dann... Baue ich mir erstmal ne Axt. Zack! Und ne Spitzhacke. Zack! Machen wir mal das hier weg. So... Dann machen wir hier Erde hin. Dann hol ich mir ne Schaufel. Mal, wenn's toll aussieht. Ich hab... Wie geht denn nochmal ne Schaufel? Oder so? Äh... Ja gut. Zack! Ja gut, ich kann das mal heben. Okay, dann muss dieser Tag wachsen. Okay, dann muss ich erstmal Gras wachsen. Schaufelb O-so ich kenne ihn tous. O-ne, Handsomeذ vom Wasserüge. Ich muss das aber so machen. Sch dólich. und okay in der Nähe und schick das was er so zu lassen zu zu Krupp Lohr Prozent Heldes Ammann Haus Untertitel das Buch. Nein. Ich will hier gerne rein. Das belästigt mich. Okay. Dann können wir uns schon mal euch eigentlich... Oh mein Gott, ich dachte, der will gerade bei mir reingegangen. Hey! Gehen Sie raus! Gehen Sie raus! Gehen Sie raus! Gehen Sie raus! Jetzt waren Sie in meinem Haus! Das ist mein Haus! Okay. Hör auf! Das traurig mich. Oh mein Gott, er will... Was? Was habe ich getan? Nein, ich habe einen Menschen umgebracht. Ich hätte ihn doch leben hier sollen. Es tut... Es tut mir leid. Okay, Leute. Das war's mit dieser Folge von Minecraft. Einfach pures, ganz normales Minecraft. Oh Gott, der... Wir werden komplett überfallen von Creepern. Der eine da, der... Der Herr hangelt sich hoch. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, damit ich sehe, dass ihr mehr davon sehen wollt. Und... Und ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr nicht mal mit einer Mod spielen sollen. Und dann würde ich mal sagen, Bye, bye!